Hier, ah ok, gut. Wir müssen nicht zwingend Blasven nutzen, Leute. Nur wenn es sein muss. Grimmhexen sauber. Stimmt. Naja, wobei. Das hier ist einfach nur größer. So, nur wenn es sein muss. Ich wollte das Loot einsammeln. Gut, wir gehen anscheinend zu irgendeiner Leiter. Na klar, komm mal her, überprüfen. Ich, äh... Ich seh nichts wegen dem scheiß Staub hier. Macht das, macht das. Versperrt alle Ausgänge, damit auch keiner von euch hinkommen kann. Kommen die jetzt hier hoch? Das wär insane. Die kommen hier hoch! Nächster, bitte! Das wär so insane, wenn jetzt alle hier hochkommen würden. Hier! Leute, ich bin hier oben. Ich seh keinen, warte mal. Merkwürdig... Nichts! Spickety-Bip! Ah, ein bisschen genauer schießen. Wir schießen nur, wenn es sein muss, Chat, ne? Wir sind ja keine Bababen. Das muss sein. Das muss sein. Das muss sein. Das muss sein. Was wolltest du aktivieren? Das werde ich nicht... Ich hab... ich hab sie nicht... äh... Chat können wir nochmal schreiben, was sie gesagt hat? Ich hab... ich hab... ich konnte sie nicht verstehen. Irgendwie ist sie umgeklappt. Ich aktiviere... Naja, mal gucken. Gibt's hier Loot? Häppel. So, ist doch toll, oder Häppel? Komm mal mit, äh... Falls du einen Blaster hast, komm einfach mit rum und schieß ein bisschen mit rum. Ja, mit Schussfreigabe. Können wir... Können wir zu zweit hier ein bisschen rumschießen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hat noch jemand Bock? Äh... alter Opa? Hast du eine schöne fette Bumme? Irgendwas, was richtig reinhast schießt? Das richtig böse reinzimmert? Kommst du direkt mit? So, warte mal. Wir schießen nur, wenn's sein muss. Voll. Warte mal. Auch voll. Komplett voll mit allem. Das sind Türen. Da zahlst du keine Gebühren. Da gehst du einfach nur rein. Das ist fein. Jetzt packe ich aber wieder aus. Mit den simpelsten Rhymes, die es gibt auf diesem Planet. Ja, moin. Einfach nur fette Gebäude, wo du von der ANFB durchläufst. Oh, hier. Sabotieren. Da kann keiner mehr Alarm rufen. Aber es ist ja grundsätzlich auch eigentlich keiner da, der Alarm rufen kann. Von daher. Kommen wir auch nicht rein. Oh. Nehmen wir mit. Da unten gab's ne Tür. Was bist du denn? Ah, hier bin ich wieder. Interessant. Äh, okay. Ich denke, ich habe keine Gegner mehr gefunden. Dann machen wir jetzt mal hier in aller Ruhe da unten das Ding da weg. Äh, das Energieschild weg. Ne, eben 4 oder SVD. Ja, das ist egal. Ja, okay. Es ist super. Mach mit. So, warte mal. Können wir hier wieder sehen? Wo wir hin müssen? Da ist ne Türsteuerung. Hier ist was zum explodieren, was boom boom macht. Da oben haben wir jeweils irgendwas. Das fällt wahrscheinlich runter oder sowas. Ja, genau. Wie süß. Stande gerade. Achter. Behälter öffnen. Was war das? Wo? Knapp. Was ist denn das da? Achso. Wieder was, was explodiert. Was boom 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 macht. Oh oh. Pfff. Joa, ne? Joa. Ist ja eigentlich ein simples Rätsel, wenn man wüsste wie es geht. Das sagt mir gar nichts. Was ist ne Mosin? Warte mal, hier waren wir auch schon. Das sieht eigentlich voll nach dem Kontrollraum aus hierfür, oder? Aber ich kann hier leider auch nix betätigen. Ja, wo muss ich hin? Ui. Ah ja, okay. Ah ja, doch, 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 doch. Jetzt, wo du sagst. Da kommen Erinnerungen hoch. Oh, Gegner. Geil. Ich hab dich schon vermisst. Da kommt noch mehr, oder? Warte mal, hier haben wir was. Ah, das hier wär für den Stealth-Fake, ne? Das ist einfach nur ein Durchgang. Scheiße. Egal, freigeschaltet ist freigeschaltet. Welcher Barbar hat denn das gemacht? Ich bin gleich erschrocken. Jo, also beim besten Willen, da wo das Kabel hinführt. Ah, wait a minute, da ist noch ein zweites Kabel, weil das eine haben wir ja schon gemacht. Aber warte mal, hier ist noch ein zweites Kabel, warte mal. Ah. Oh. Hier ist noch ein zweites Kabel. Okay, gut, war einfacher als gedacht. Eben. Ja, wahrscheinlich unsere Reputation kümmert hat, aber ansonsten... Ich bin den Weg gegangen, der mehr Spaß gemacht hat. Da entschuldige ich mich auch nicht für die paar Leute, die gestorben sind. Ist mir vollkommen okay. Ist mir vollkommen egal. Scheiße. Dipp. 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 Ah, ich fand das war jetzt auch nicht okay, der letzte Versuch, aber er hat gesagt, okay, der schafft das sonst nie. Wir gönnen ihm das. Dipp. Kein Loot. Hier gibt's viel zu wenig Loot, bin ich ehrlich. Ich muss eigentlich mit dem Ziegen los, ne? 17 Uhr. Zwei Stunden. Ja, pass auf. Wir machen das jetzt so. Ich muss... Speichelpunkt erreicht. So, wir machen... aber es kann aber auch nicht mehr lange dauern nee komm wir machen das noch das kann nicht mehr lange dauern wir sind hier fast durch das haben wir hier haben wir immer noch mal so mädchen ja mal wieder eine halskette gefunden sag mal das sind auf jeden fall alles halskettenträger ich habe so langsam verstanden vor allem sind es nicht halskettenträger sondern auch halskettenträger 1334 grads haben wir mittlerweile das ist schon nicht schlecht auch noch eine recheneinheit bekommen gut wo ist die konsole chat wo ist die konsole einfach mal nicht rennen stehen bleiben überlegen umgucken das ding hat ein alarm die datei ist bloß ein spot rezept eingelegt na schön es soll sich ja lohnen so zwölf teile grill ein teil spot ein halber teil ab akaba gewürz ein viertel teil kilo duscher zu einer basis vermengen acht bis zehn zyklen ergären lassen die mischung ab sei ab sein destillieren filtern für dünn und in fleisch abfüllen in flaschen abfüllen in fleisch abfüllen perfekt da ist noch was dahinter leute da da das ist nur ein deckmann gewesen das rezept ich habe alles schon eingesammelt das was ich alles was da noch liegt kann ich nicht einsammeln weil voll die flaschen entzogen ich gehe mal was zu essen bis morgen 17 uhr ich guess morgen 17 uhr auf jeden fall aber ich bin heute abend heute nacht wahrscheinlich eventuell auch noch mal da ich bin mir auch noch nicht sicher je nachdem ob ihr bock habt oder nicht hacken let's go the duty hacken ich mach mal diesen vier diesen block ok der ist auf jeden fall da aber nicht an der stelle das heißt wir nutzen noch mal den und gehen hier so rum auch falsch aber der ist auch mit da maybe so 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 den haben wir jetzt schon mal den haben wir jetzt schon mal ach so beide haben wir schon den haben uns erst genommen sehr schön nochmal star wars dann das ist halt die frage eigentlich wollte ich zero extraction machen aber wenn ihr bock habt können wir auch star wars machen noch mal so zwei drei stündchen auf eine schlüsselte datei zu greifen machen wir machen also wenn ihr bock drauf und dieser kanal ist absolut sicher herrscher bitte es braucht seine zeit jemanden wie gorak zu stürzen wenn ich keinen sicheren kanal einrichten könnte wäre ich längst tot und nennen sie mich tislak also gut tislak ich bin altmodisch wenn ich einem freund einen durchstoß verpassen soll will ich die person kennenlernen die mir das messerei natürlich gouverneur ja freischießen wenigstens haben wir etwas freischießen das möchte ich übrigens klar machen wo sind wir da nur reingeraten kumpel ooooh nein halt warte was joo was die haben den aufzug gesperrt wir haben eine neue waffen shit wer hätte denn bock auf star wars heute noch mehr der bock auf level zero extraction star wars eins level zero zwei ja dann und ja müssen wir hoch oder runter da ist ein loch aber wir müssen hoch keine angst nix der nächste auftrag wird besser was wie wo ja wenn ich heute abend 22 Uhr nochmal live kommen sollte ist ja ist kein versprechen ich nochmal live kommen sollte level zero extraction zwei oder star wars eins was würdet ihr hier sehen wollen hier sehen wir wiederum das ist wieder bestes beispiel für äh grafik also die texturen sind nicht die besten 1 2 3 sag aber nachladen nein was machst du für otage hilfe hilfe he 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 bam in die fresse einfach soai mal quer durchs gesicht löschen weißt du das ist einfach voll der volk wo ist denn jetzt eigentlich der Blaz blazer den haben wir nicht behalten Weil wir geklettert sind. Ich dachte, wir können die jetzt für immer behalten. Ach so. Oh. Oh. Hier ist halt noch einer. Jo. Jo. Als ob wir die nicht behalten dürfen. Wie dumm ist sie? Das ist jetzt nichts. Das ist jetzt wieder weggelegt, ne? Ach komm schon. Ach komm schon. Das ist der traurigste Tag in meinem ganzen Leben. Ich bin eventuell nicht da, also enthalte ich mich. Alles klar, ich nebel. Dann spätestens bis morgen. Ah komm, nichts. Das ist nichts. Oha. Gut reagiert nichts. Na klar, na klar, na klar. Wir schaffen das. So, da kommt Farmy angeplogen. Farmy holt uns jetzt hier raus. Wie versprochen. Oh mein Gott. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das korrekt war. Farmy, kannst du die Tür aufmachen? Ich bin da. Mach die Tür auf, Farmy. Ne, warte. Ich bin irgendwie noch unten drunter. Geht's hier noch irgendwas? Ne, warte mal. Wir müssen hier so gelangen, ne? Müssen hier da in die Wand springen? Willst du hier irgendeine Scheiße machen? Warte mal, müssen wir überhaupt? Ne, da müssen wir gar nicht hin. Farmy, kannst du wieder wegfliegen? Ich nehme einen anderen Weg. Mal sehen, vielleicht nehme ich noch alles am Beuter an. Ja, 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 ja. Ich, wie gesagt, ich nehme einen anderen Weg. Alles gut. Hä? Ich glaube, wir sind in Sicherheit nix. Ja, ich denke auch. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Geil. Wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß, ich weiß. Du bist weg von Tuschawa. Wir haben es geschafft. Wollen wir ein bisschen zocken. Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Peik Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Aber haben wir nicht mittlerweile gut Geld? Der muss doch groß sein, Tauizum, oder? So, glaube ich. Verbesserung? Wait a minute. Es gibt einen PC für Verbesserung. Wir haben hier unseren Blaster. Mol-K 18 Energiegenerator. Ein Standard-Gleiter-Triebwerk mit... Oh, halt auch schön. Warte mal, das ist unsere Waffe. Ah, nee, das ist das Längssystem. Ach, hier können wir unseren... Haben wir nur den? Können wir keinen neuen bekommen irgendwann? Durchausstahl. Oh nein, da geht's los. Da geht's los, Silvansches Eisen. Haben wir alles noch nicht. Hier brauchen wir helizyklische Getriebe. Hat eigentlich jedes Kind ein helizyklisches Getriebe. Verstehe ich jetzt nicht, dass wir da nichts haben. Komisch. Aussehen. Aber wir können es auch pimpen anscheinend. Bleiben Sie sauber. Bleiben Sie sauber.